Heute sind Kaspar und ich in der Schule und müssen probieren, den Mobber zu entkommen. Dazu müssen wir es auch schaffen, 10 verschiedene Geldscheine einzusammeln und nicht drauf zu gehen. Können wir alle Challenges schaffen? Los geht's! Ey, was machst du da? Warum sitzt du da, Kaspar? Was machst du? Ey, hier auf dem Zettel steht drauf, ich werde dich nach der Schule verprügeln. Hä, was? Was? Ja, da ist so ein Mobber in der Schule, der will mich ärgern nach der Schule. Oh nein, wir haben so einen Schulmobber jetzt hier, ne? Ja, und ich hab auch Angst vor dem. Oh nein, guck mal, Jimmy ist klasse, er ist Jimmy. Überhaupt nicht verlassen, dein ganzes Mittagsgeld gehört mir. Oh nein. Was? Ich will nicht mein Geld abgeben. Ich auch nicht, okay, weißt du was? Ich glaub, lass uns mal lieber aus der Schule abhauen, ne? Ja, ja, vor Jimmy. Ja, Jimmy kommt. Oh, ey, Kleiner, wo willst du hin? Oh Gott, oh Gott. Der sieht ja richtig niedlich aus. Okay, ich glaube, du willst das hier nach... Ja, ich weiß, komm, wir müssen jetzt hier nach oben gehen, ne? Mach auf das Ding. Wo ist ein Schlüssel? Schlüssel? Warte mal. Nee, doch kein Schlüssel, doch kein Schlüssel. Ich wollt grad sagen. Ich dachte noch mehr was. Ich dachte noch mehr was. Ich wollt grad sagen. Wir müssen auch die 10 Geldscheine finden, ne? Zack, Geldschein Nummer 1 von 10. Geldscheine, ja? Ja. Oder müssen wir nicht die Toten... Ah ja, stimmt, 10 Geldscheine. Und was ist mit Totenköpfe? So viel draufgegangen. Die Tode, die Tode werden gezählt. Jetzt kann man die auf jeden Fall nicht schieten, ne? Nee, wo jetzt? Ich sag dir ja, wenn ich das hier durch hab, steht unten rechts 0, ne? Ach, das glaubst du ja wohl selber nicht. Das glaubst du wohl selber nicht. Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass da 0 steht, Bro. Guck mal, das Ding ist... Oh, hier auch. Mach mal auf das Ding jetzt hier. Ja, jawohl. Denkst du, wir werden alle Geldscheine finden? Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, ne? Wie viel werden wir alle Geldscheine finden? Was ist das hier? Da ist der Zweite. Oh mein Gott, guck mal da, der Jimmy. Da greift er durch. Alter, Jimmy, der will uns hier echt wirklich holen. Er sieht echt krass aus hier, ne? Alter, der hasst uns. Der hasst uns. Der hat irgendwelche Probleme. Ey! Ja, so schnell ging's ja schon, ne? Eins, vierter jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die gehen ja runter. Das war so knapp gerade. Aber warte mal, das war jetzt richtig knapp, ne? Ich dachte, es bleibt so stehen. Okay, weiter geht's. Pass auf, die Bleistift drauf. Was sag dir, ne? Hier hat gar kein... Durch hier. Gar kein Thema, Bro. Alles entspannt. Gar kein Problem für die... Oh mein Gott. Alles easy, peasy. Oh mein Gott. Du, du hast schon ein zweites Mal... Schon ein drittes Mal jetzt. Die Bleistift haben mich berührt gerade. Du hast schon drei Tode. Bro, okay, mehr als drei hab ich aber nicht. Mit Ansage. Mehr als drei bekomm ich nicht. Doch, doch, doch. Du bist ein paar Mal. Du hast recht. Das war gerade die vier. Das ist nicht dein Ernst. Bro, wie kann ich denn da runterfallen? Sag mal, ich bin gar nicht ganz bei mir, glaube ich. Wie kannst du denn jetzt schon so oft draufgehen? Wie geht denn das? Ja, weil ich Angst vor Jimmy habe. Dich will er nicht verhauen. Er will ja nur mich verhauen. Ja, okay, okay. Guck mal. Hier ist noch ein Dingens. Gar nicht, Bro. Das ist ein Prank. Das ist ein Prank. Aber hier ist auch nirgends noch ein Dingens, oder? Oh, ein Gelbschlein. Ich hab drei von zehn jetzt. Wie viel hast du? Ja, drei von zehn. Alter, die Stifte verschwinden sogar, sehe ich gerade. Oh, ja, moin. Okay, weiter geht es hier mit dem Buch. Ja, los. Man, ich dachte, das siehst du nicht. Oh mein Gott, guck mal, hier ist er in einem Spind eingeklemmt. Hilfe, Hilfe. Das könnte auch einer von den Rainbow Friends sein, ne? Weil übrigens kommt das zweite Kapitel am Freitag raus. Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt. Das wird richtig verrückt, ja? Das werden wir sofort, Leute. Deswegen liked und abonniert, um das nicht zu verpassen. Ja, ja. So, jetzt hier schön vorbeigehen. Wow, okay. Glaubst du, hier ist irgendwie noch so ein Geldschein mitten im Spind drin? Ich hab auch gerade genau dasselbe gerade gedacht. Aber ich glaube... Guck mal, auch da oben, wie Jimmy da durchgreift, Alter. Es schadet nicht. Ha! Ha! Oh mein Gott, wenn Jimmy dich berührt mit den Händen... Alter, ich hab immer noch null Tode, ne? Ich wollte es so gesagt haben. Immer noch null Tode. Du bist halt auf jeden Fall Objektling am Start, merke ich schon. So, ich komm mal da mal. Heute fühle ich es auf jeden Fall richtig, ja? Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ey, wie fies der einfach hier hinter versteckt ist. Das ist ja unnormal. Da hätte ich nie was gedacht. Bro, wie kommst du denn da rein? Ich bin's wiedergebrochen gegangen. Was machst du denn da oben? Ich bin schon wieder zehn Jahre warten. Guck mal hier, Abholung und Platzierung von Schreibtischen. Ah! Ich glaube nicht, dass du dir Großes holen kannst. Ich glaube nicht, dass es so geht. Oh, okay, so geht das so. Easy Checkpoint. Wo ist hier ein Schein? Hier ist doch locker noch ein Schein über irgendwo, oder nicht? Zack. Okay, ich hab jetzt... So, ablegen. So, und ich bin drüben. Ich bin drüben, alles entspannt. Hier ist der Schein. Hab ich auch eingesammelt jetzt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir das hier nehmen, um da raufzukommen. Okay. Müssen wir noch weitere Sachen machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber das ist ja easy. Du brauchst ja original nur zwei Tische oder drei Tische oder sowas, um da hoch weiterzukommen. Und wie viele Scheine hast du jetzt gerade? Ähm, ja, ich hab jetzt gerade... Doch, vier Scheine. Vier von zehn. Was machst du noch hier? Du bittest um eine Niederlage, sagt er. Okay, jetzt haben wir hier gerade zwei coole vier... Oh mein Gott! Oh oh. Da ist er, da ist er! Drück den Knopf. Drück den Knopf. Ab, ab, ab. Okay, weiter runter. Ja, sehr gut. Ich hab immer noch null Tode, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Alter, du Maschine. Ich hab mir gerade nur eine einzige Sache. Welche? Ob du den Geldschein da eben eingesammelt hast. Den Geldschein? Ja. Wo? In dem Raum eben. Unterm Knopf. Unterm Knopf? Wie viel Geldschein hast du? Du müsstest vier von zehn haben. Jetzt guck ich jetzt kurz nach. Da ist keiner. Da ist keiner. Ey, du bist so frech, ne? Du bist so... Da war wirklich einer, da war wirklich einer, Digga. Jetzt re-rap, ich hab fünf von zehn. Guck doch. Ich seh da nichts. Na gut, dann hast du ihn noch eingesammelt. Ey, unglaublich, ne? Das ist wirklich frech. Dann hast du ihn eingesammelt, Digga. Nein, das ist wirklich frech, Digga. Ro, ich hab fünf von zehn. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du? Hä, ich hab vier von zehn. Ja, weil da einer war. Ich wusste, dass du dich gesehen hast. Wo denn? Ro, in dem Raum eben. Da war keiner. Na gut. Dann war da vielleicht keiner. Vielleicht aber auch doch. Da war... Da war einer. Da war keiner. Da war einer. Man, du siehst ja voll verwirrt. Da war keiner. Oh mein Gott. Radiergummis. Achtung. Ich sag dir, da war safe keiner. Bro, ich sage dir, ich verspreche dir, du kannst vielleicht null Tode haben hier bei der Obby. Als Obby-King hier aus der... Oh mein Gott. Als Obby-King hier aus der Runde rausgehen. Aber alle Geldscheine kannst du jetzt nicht mehr finden. Doch, doch, doch. Ab zehn. Nein. Oh mein Gott. Nein, das geht nicht. Hä? Das war keiner. Das geht nicht. Ich habe fünf von zehn. Schwörst du? Ich schwör. Auf was? Weiß ich auch nicht. Auf meinen Roblox-Account. Boah, das finde ich so heftig. Was finde ich so heftig? Die ganze Hefte, die anderen ist heftig. Der hat nicht mehr ein Profilbild. Ich weiß auch nicht, wieso. So, jetzt muss ich hier an den Spinnen vorbei. Irgendwie verschwinden die Spinnen immer. Die fallen immer runter. Ja, du musst da auffassen. Oh mein Gott, das war gerade zu knapp. Oh mein Gott, Alter. Hier ist dein Stift hoch. Achtung. Ich habe auch lange keinen Geldschein mehr gesehen. Ich glaube, da war vielleicht wirklich einer. Ja, ich habe auch lange keinen mehr gesehen. Oh mein Gott, guck mal, da ist er. Er will uns verhauen jetzt hier, der Jimmy. Da hinten. Da hinten ist er. Schnodder, Jimmy. Schnodder, Jimmy. Wie eklig der auch aussieht, ne? Sieht aus wie du in fünf Jahren. Gar nicht. Mit Pickeln und Alm. Wahrscheinlich. Ich hatte nie viele Pickel früher in der Kindheit. Ey, warum kommen jetzt keine Geldscheine mehr? Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ja, ja. Tja, hättest du mal den fünften eingesammelt eben. Den gab es bestimmt gar nicht. Den gab es nicht. Den gab es auch nicht. Oh mein Gott, ey. Kann jetzt mal ein Geldschein kommen, bitte? Ich habe immer noch, ich habe immer noch, es ist echt ein bisschen komisch. Es ist echt komisch. Also kann jetzt mal vielleicht, der fünfte jetzt mal kommen? Ja, oder der sechste, ne? Für die einen sind sechsten, für den anderen sind fünften. Hey, ist der? Oh mein Gott. Jetzt habe ich fünf von zehn. Niemals, Digga. Wo soll der denn hier versteckt sein? Bro, du Franker. Du Franker. Ja, ja. Absoluter Franker. Locker hast du dich noch eben eingesammelt. Locker hast du fünf von zehn. Nein, hier war halt wirklich gar nicht. Ich gucke auch die ganze Zeit rum. Ich frage mich auch gerade, wo die ganze Zeit so ein Geldschein ist. Locker da drüben. Boah, Alter, guck mal, was sind das für krasse Bleistifte? Ey, ich habe noch null Tode, ne? Das ist so krass. Ich habe eine Maschine, geh mal runter durch. Mach ich doch schon. Boah, wenn du in Angsthalle bist gehen. Boah, gehst du doch ganz schnell runter durch. Wo sind denn jetzt hier die Geldscheine? Das kann doch nicht sein. Guck mal, musst du reinspringen. Wer traut sich weiter? Boah, das war so close, Digga. Oh mein Gott. Jetzt ist das Ding bei dir schon da. Bei mir ist das Ding noch nicht da. Alter, das flitzt direkt los. Oh mein Gott, nein. Oh, das war so knapp. Das wirst du niemals schaffen. Ich habe genau 10 Tode. Nein, ich habe genau 10 Tode. Das wirst du niemals schaffen. Es ist immer noch kein Geldschein. Bro, das ist doch übel easy. Sind die hier in der Schule einfach arm gegangen? Oder ist das passiert? Ich glaube, das ist, weil Jimmy das ganze Essensgeld geklaut hat. Ich glaube auch, ja. So, jetzt hier schön vorsichtig. Das ist ja easy hier. Das ist für uns Obdi-Kings kein Problem. Ich weiß, ich weiß. Da musst du aufpassen. Hä? Guck mal, hier oben ist so ein Knopf. Verlassen? Achso, wir müssen ihn da hinten drücken. Okay. Okay, ich beeile mich. Oh Gott. Gedrückt, du kannst ihn sehr, sehr weit drücken. Oh Gott, auf einmal bewegt sich das. Immer noch kein Geldschein. Hä, Bro? Jetzt langsam wird es komisch. Pass auf, die Spinde fallen runter, glaube ich. Ja, immer. Jedes Mal. Ja, hier ist ein Geldschein. Wow. 5 von 6. Das ist so ein Ultra-Verschreck hier hinten. So. Wow. Jetzt hier. Trampolin. Warn. Alter, ich bin richtig nervös. Ich bin richtig nervös gerade, weil ich noch null Tode habe. Boah, du sagst, ich habe elf Tode schon. Bei mir ist es mittlerweile abgeschrieben. Elf Tode. Ich bin heute kein Obdi-Kings. Elf. Ja, leider. Ey, ich glaube, ich habe echt einen übersehen. Ja, ja. Hast du auch dafür gekriegt. Oh mein Gott, Bro. Alter, ich werde dich fangen. Guck mal hinter dich. Oh oh. Warte mal, kommt der da angepasst. Aber locker Geldscheinung irgendwo. Jimmy. Locker Geldscheinung irgendwo. Oh Gott, Bro. Den mag ich gar nicht. Wie der auch aussieht. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay, wir haben jetzt aufgegangen. Meinst du, ist auch nicht im Badezimmer einer? Nein, nein. Im Badezimmer ist auch keiner. Ah, okay. Wir kämpfen in der Pause, Kind. Sei da oder sei quadratisch. Okay. Alter, was ist das denn? Hier ist so ein Noob, der hat auch Angst. Das sind wir. Wir sind voll die Angsthasen. Guck mal. Alter, warum sehen wir denn so hässlich aus? Aha, übersehen. Oh, so Pranker, Alter. Da ist doch gar nichts. Ich habe gerade mal 6 von 10. Das kann doch nicht angehen, Alter. Ich habe 7 von 10. Weißt du, was ich glaube? Meine Theorie. Was denn? Dass es gar nicht 10 Stück gibt. Dass die Leute einfach nur öfter spielen. Man programmiert das Spiel und macht dann nur 3 von 10, aber schreiben in 10 wahrscheinlich. Ja, damit die es noch mal spielen, damit die probieren, den zu finden. Aber das gibt es gar nicht. Ja, ist clever. Ja, ist clever. Ja, wäre smart. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch kein Geldschein, sehe ich gerade. Ich glaube nicht. Wir haben einfach Geldschein. Hallo. Du hast halt auch nur 6. Bro, du kannst es eh nicht mehr schaffen. Ich habe 7 von 10. Du hast nicht 7 von 10. Nein, aber. Natürlich habe ich 7 von 10. Die ganze Zeit schon. Der war unter dem Lift, Bro. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Unter euch im Lift? Da, wo ich meinte, da, wo der Bulli drin war, wo du zweimal reingegangen bist, um zu gucken. Da war der auf jeden Fall drin. Da war aber nichts mehr. Bei mir war der da. Ja, schaffst du aber jetzt doch den Sprung hier? Nee, ne? Nee, ich muss ihn leider nochmal machen. Jetzt, so. Schnell laufen. Oh mein Gott, das war gerade so knapp wie eine Basketball. Oh. Oh. Oh mein Gott, Bro. So knapp. So, easy. Guck mal, wie ein Profi. Habe ich hier Geld übersehen? Oh mein Gott. 8 von 10. Schaffst du's? Schaffst du's? So, weiter geht's? Da. Ja, Basketballe, komm. Basketballe, komm. Okay, weiter geht's. Als ob du draufgegangen bist. Bro, beim letzten Ding. Beeilung, Beeilung. Ja, wahrscheinlich. Deswegen sagst du auch so Beeilung, damit ich den nicht sehe. Ist das wie viel? 8 von 10. Du? Das ist 7 von 10, ne? Oh mein Gott, guck mal. Hey, wo hast du denn 8? Guck mal. Oh Gott, der Mobber. Der Mobber. Wir treffen uns sein Kiste. Lass mir deine Geschichte. Ich war einmal ein Verlierer, wie du, sagt er. Bis ein Mobber sich mir näherte. Mobben macht man nicht. Ich hab versucht, ihm zu erklären, dass ich kein Geld hatte, aber es war ihm egal. Ja, Alter. Aber ist das ein Grund, andere zu mobben? Nein. Er hat mich in den Sand getreten. Mit einem echt kratzen Kick. Und während ich dort saß und weine, war alles aus der Tat lachen. Was? Wie kann man so unkorrekt sein? Ich entschied, dass ich nie wieder gemobbt werden würde. Deswegen wurde er zu Mobber. Ich hab trainiert, um stark zu werden. Boah, voll die Maschine, Alter. Guck mal. Alter. Rechts, 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 links, links. Die Leute würden mich nicht mehr erwischen, sagt er. Boah, voll die Maschine geworden, der Typ. Das war voll die traurige Story. Wow. Wow. Und dann wurde er stark. Aber der braucht echt eine Zahnspange, ne? Er wusste nicht, dass ich der Alpha-Mobber sein sollte. Der braucht echt eine Zahnspange. Alter. Und jetzt muss er uns verprügeln. Oh mein Gott. Wieso denn aber uns, ey? Was haben wir denn getan, Mann? Bitte nicht. Hör auf zu mobben, du Baba. Bitte nicht. Ich hab noch null Tode. Oh ja. Ich seh's schon gekommen. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Querytschein. Oh mein Gott. Ich hab ihn geholt. Ich auch. Hast du ihn schon? Bro, der hält ja alles. Oh mein Gott, der hat ja keine Chance. Der hält gar nichts aus. Das ist richtig schlecht. Große Klappe, aber nichts dahinter, sag ich dir mal. Du musst aufpassen. Ja, ich weiß. Du musst aufpassen. Da heult er direkt. Juhu. Ist so, Alter. Komm, wir gehen raus hier. Aber ist jetzt hier noch der letzte Geldschein? Ich hab neun von zehn. Wie hast du? Du hast neun von zehn? Hinter dir war noch einer in der Ecke. Hinter dir war noch einer in der Ecke. Ja, ich hab acht von zehn. Oh, du übersiehst halt alle auch, ne? Gibt's doch locker noch einen, Bro, als wenn wir wirklich einen übersehen haben. Ich hab wirklich neun von zehn. Also, als ob ich den übersehen habe. Ja, der hat es echt übersehen, ja? Da, wo ich meinte. Back to start. Wo ist das? Ey, ich hab noch acht von zehn. Back to start, hier. Ah, ja, okay. Acht von zehn. Ja, ich hab neun von zehn. Einer liegt hier locker. Ich hab ein Abzeichen bekommen, weil ich null Tode hatte. Hier ist halt echt kein Geldschein. Oh mein Gott, das ist hier in der Ecke, Alter. Der ist hier. Ey, du Freik, Alter, Mann. Ich hab dir gerne alle Scheine eingesammelt. Verdammt. Verdammt. Ich find auf jeden Fall auch keiner mehr, leider. Oder war der hier noch der Geldschein? Ne, ne? Ne, aber da vorne ist Steve. Siehst du Steve? Ich seh Steve. Oh mein Gott. Krass, sieht man gut aus. Na gut. Leider nicht geschafft, Kasper. Schade. Das ist heute wieder gewesen, Freunde. Wenn ihr von der Meldung möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch mal hier. Das Video auch, wenn ihr gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.